Musik Die Sparkasse in Weißenfels ist nicht nur ein Haus des Geldes, von Zeit zu Zeit ist sie auch ein Haus der Kunst. Am 17. April wurde eine Ausstellung des Künstlers Harry Naumannen eröffnet. Der Finne ist Sportbegeisterten vom Flohrball, dem UHC, bekannt. Inspirationsquellen können alles Mögliche sein. Wer Interesse an den Werken von Harry Naumannen hat, kann die Ausstellung bis zum 31. Mai zu den Geschäftszeiten der Sparkasse besuchen. Die Bilder können auch käuflich erworben werden. Wer noch mehr Bilder sehen möchte, kann den Flohrballer direkt kontaktieren. Musik Musik